Ding Dong, ich wollte mir heute meinen Pferdeschwanz beschneiden lassen. Wann haben Sie denn Zeit für mich? Ähm, so in zwei Stunden hätte ich Zeit für dich. Okay, perfekt. Guten Tag, wann haben Sie heute Zeit für meinen Pferdeschwanz? Ach, du schon wieder. So in einer Stunde vielleicht. Weiß ich Bescheid, danke. Hi, ich bin's wieder. Wann haben Sie heute Zeit für meinen Pferdeschwanz? Oh, diesmal bin ich wirklich in 15 Minuten für dich da, okay? Das klingt sehr gut. Ey Kevin, ist der Typ hier jemals zum Haarstein hergekommen? Nicht, dass ich wüsste, Chef. Du Kevin, mach mal bitte kurz Pause und lauf dem Typ mal nach und schau mal bitte, wo der hingeht, ja? Das ist eine Hammeridee, dem gehe ich direkt mal nach, he? Chef, ich bin zurück. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist? In dein Haus.